Servus, guten Grütti, willkommen zu Isaac. Ja, wir können nicht großartig uns aussuchen, wo wir lang gehen. Eine kleine Denkpause zwischendurch, ganz am Anfang. Deswegen gehen wir direkt hier in den Raum. Mal gucken nach einem Tag Pause, wie gut wir jetzt sind. Erstmal die Spinnen, dann die Heulappen. Immer erst die Spinnen, sag ich immer. Ich muss schon fliegen, fliegen, fliegen. Ich muss sogar was austesten. Ich glaube, ich muss das Mikrofon ein bisschen näher nehmen. Ein bisschen weg von der Taste nehmen. Einen Augenblick. Komm her. Komm her. So, ich denke mal, so ist ein bisschen besser. Oder? Gleich runter. So müsste es eigentlich ganz gut sein. Oh, haben wir einiges an Zeug gekriegt. Sorry für die kleinen Einstellungen, gerade während dem Spielen. Das ist doch unnormal. Warum macht der sowas? Ist der denn doof? Jetzt müsste was eigentlich passen. Jawohl. Ah, lecker. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt gebracht hat. Habe ich einen Schlüssel? Eigentlich nein. Dann gehen wir mal hier runter. Oh nein. Ging der Bombe. Ich wusste es, du dreckiger Spast. Du dreckiger. Bleib stehen. Sag mal, das ist doch... Das ist doch unnormal. Bleib stehen. Bleib stehen. Schlüssel. Blablabla. Blablabla. Schlüssel. Hallo. Ich guck mal was. Ich teste mal was. Wäre ja schön gewesen, ne? Stirb. Stirb. Den Körper auch. Den Körper auch. So. So. Ein Magic Pit. Wir gehen nochmal zurück. Können wir das jetzt trotzdem... Ah, wir haben ein Leben mehr. Ja, ist das nicht schön. Das schaffen wir die Gegner ganz bestimmt. Können wir das halbe Herz aufnehmen? Nein, natürlich nicht. Wäre ja schön gewesen. Dem jetzt so ein bisschen was Gutes zu tun. Aber nein. Aber nein. Und wieder mein guter Freund. Den ich ja über alles liebe. Den ich so sehr mag. Den ich so sehr mag. Oh nein, mach keine Pause, Junge. Scheiße. Den ich so sehr mag. Ich hasse diesen Arsch. Ich hasse diesen blöden Arsch. Das ist mein Lieblingsgegner. Weil ich ihn noch nie treffe. Ja, der kommt einfach mal so durch die Wand. Was war denn das? Aber diesmal sieht es gut aus. Diesmal ist alles auf meiner Seite. Oh, der sieht gut aus. Oh, ich hab ihn getötet. Oh, dafür ist der ein bisschen aggressiv. Wo ist dein großer Körper hin? Wo ist dein großer Körper? Wo ist dein großer Körper? Aha, aber schon mal gut zu wissen. Für die Zukunft immer erst den Körperblatt machen. Und dann hier den kleinen Spasti einfach töten. Boah, ich treffe den jetzt noch komplett. Ey. Boah, jawoll. Was ist denn das? Noch ein Herz mehr. Und das finde ich schön. Ey, so können wir ziemlich weit kommen. Wenn wir nicht irgendwelches Gadget bekommen, was uns alle Herzen wegnimmt. Gut, zwei Wege hoch. Ach, dieses halbe Baby an mir dran. Boah, 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 boah. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst den ballern soll. Ihr Missgestalten. Hm, erschreckt mich doch nicht so. Ob das die überhaupt noch eine Orientierung haben, so ohne Kopf, gell? Das war wirklich Missgestalten. Oh, die hasse ich ja wie die Pest. Oh, die hasse ich ja wie die Pest. Oh, die machen immer so viel Schaden an. Boah, fast reingerannt. Ist das schon der Boss? Nee. Gehen wir nochmal zurück. Hier ist noch ein Bibel, wo wir leider nicht hinkommen. Hm, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, geh mal nach oben. Was ist das denn für eine? Ah, Alter, bist du krank, ey. Wir gehen aber lieber hier rein. Und kriegen die heiligen Schriften. Ich weiß nicht, wofür die sind. Ich habe Angst, sie zu benutzen. Irgendwie kriegen wir immer andere Sachen. Was mich ein bisschen irritiert. Ah, unten war man gar nicht, oder? Weil der Raum noch grau aussieht. Gehen wir mal nach unten. Da war man ja. Oh, ich wusste, dass die so ausflippen. Hyperaktiv! Hyperaktiv! Boah, das war geil, oder? Das muss man schon zugeben. Das war jetzt Schnieke. Oh, das ist überhaupt nicht Schnieke. So, ey, das sieht doch geil aus. Den einen Raum gehe ich nicht. Den mag ich nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was da ist. Es ist mir total scheißegal. Ich habe einen Schlüssel. Und wir gehen runter zu dem Buch. Kaufen brauchen wir nichts. Ah, sonst weiß ich dieselbe, ne? Was bringt das? Okay. Dann kommen wir lieber die Schriften mit. Und dann geht's weiter. Oh, das war's schon. Gehen wir zum Boss. Was passiert? Rückwärtsgang, jawohl. Hä? Was ist das? Was war das denn jetzt? Kann man das mal erklären. Na, sah aus wie Zeitlupe nach hinten. Der Gegner konnte nichts machen. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Halt die Schnauze. Und stirb einfach wie ein richtiger Wurm. Wie ein richtiger P-Wurm. Ein Haufen Scheiße. Oder was war das? Ich weiß. Oh, da oben war noch ein Weg. Verkackt mal wieder. Naja, egal. Wir haben es eilig. Wir wollen hier mal wissen. Was ist denn das denn für ein Weg? Ich habe mir mal überlegt, weniger Schimpfwörter zu sagen. Alter. Joa, bomb mal einfach alles weg. Stirb einfach, stirb. So. Runter, oder? Nein, nicht runter. Das war eine doofe Idee. Das war eine echt doofe Idee. Hä? Kriegen die keinen Schaden, oder was ist los? Muss ich hier vorne in den ersten... Oh, was war das denn? Alter, jetzt rennen die ohne Plan durch die Gegend, oder was? Ah, man muss immer vorne anfangen, oder was? Da ist noch ein hässlicher Kopf über. Ey. Hey. Mach keine Faxen. Ich bräuchte mal langsam eineinhalb Herzen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das wird ordentlich boomen, das wird ordentlich boomen, das wird ordentlich boomen, das wird ordentlich boomen, 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 boomen. Oh, Scheiße. Boah, direkt angefangen zu laggen. Erstmal hier rein. Hä? Naja, egal. Gehen wir mal runter. Ich kann nicht... Stirb, stirb. Hallo, 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 hallo. Wir müssen verarschen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da ist der Boss. Toll. Tolle Idee. Das sieht so komisch aus. Da ist ja nicht mehr was, ey. Bomben habe ich noch genug, nur Leben habe ich keine mehr. Und das ist ziemlich scheiße für einen Boss. Einhalb Herzen ist ein bisschen armselig. Oh, das sind diese anderen Scheißdinger, die nicht sterben. Boss. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's mal wieder für mich. Oh, 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 oh. Wer gehört zu wem? Oh, nee. Was ist denn das für ein kummiger Geist? Wo kommt denn der her? Was habe ich denn da für einen Geist um mich rum? Oh nein, oh nein. Schon wieder. Nein, 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 nein. Das war's schon wieder mit der Runde. Mann, ey, komm, machen wir noch mal eine Runde. Neue Runde, neues Glück. Versuchen wir es jetzt mal. Bück dich, du Stück. Oh, komm, jetzt sind sie, das ist am Anfang, mittlerweile, wenn man einmal so ein bisschen den Bogen draußen hat, ist der Anfang eigentlich gar nicht so schwer mehr. Man muss halt nur da ein bisschen reinkommen in das Ganze. Wenn man einmal so ein bisschen gespielt hat, dann klappt das einfach. So meinte ich das zum Beispiel nicht. Ne? Nein, umsonst. Warum läuft der weg? Soll ich denn einfach nur abschießen? Kann der mir was? Kannst du was? Kannst du irgendwas? Kannst du was? Oh, sag ich, oh, ja, er kann sich teilen, aber... Was ist der Sinn dahinter? Oh, er kann sich nochmal teilen. Machen wir erstmal die kleinen weg, oder? Oh, das ist noch ein kleinerer. Ähm, oh, scheiße. Das ist nicht witzig. Ob ich gleich das einfach hier am Rand stehen? Mal gucken, was passiert. Eigentlich dürfte er mich hier in der Ecke nicht treffen, oder? Ich schieße es einfach mal an jede Ecke. Bis jetzt sieht es gut aus. Komm schon! Oh. Hm, das sieht doch so gut geschummelt, oder? Doch nicht. Oh Mann, die halten so viel aus, diese Scheißköpfe. Oh, das zieht sich doch jetzt wieder so blöd. Du, Assi. Für eine schwule Bombe, die ganzen Kampf jetzt, dass ich ein Herz verloren habe. Für eine scheißverdammte... Ich sag nix. Oh, ich bin total fett. Das ist eher ein Handicap. Das ist eher ein Handicap. Was soll denn der Scheiß? Seid ihr gemein? Also, ich weiß noch nicht, ob ich Scheiter stehe. Nicht mehr nehmen. Was war das? Kuchen, oder was? Ich muss das Video mir angucken, unbedingt. Ich soll jetzt hingehen. Ich versuch's mal aus. Mit einer Bombe drei zu kriegen. Tada! Ich weiß nicht, was das hier bringt. Wir machen das trotzdem mal hier. Vielleicht gibt's ja was Schönes drunter. Siehst du? Ich wusste, das ist ja was faul gewesen. Aber dafür hab ich zwei Herzen bekommen. Obwohl ich fett bin. Eigentlich ist das auch wieder ne gute Sache. Ich muss grad ein bisschen fester ausatmen. Tut mir leid. Äh, wild für fünf was kamen. Mann, da ist der Boss. Ich schaff den doch eh so nicht. Oh ja, oh ja. Ohne sonderbaren Sachen. Die machen Kackhaufen, das ist gut. Bringen die mir auch was? Die hat sich sogar quasi selber eingesperrt. Ha! Das war deine Face. Fressen die sich selber? Das erinnert mich grad so ein bisschen an... Komm, verlier deinen Kopf schon endlich. Was heißt dieses halbe Herz? Ob das was Positives ist? Das ist so weiß. Aber es hat... Also muss es ja eigentlich was Gutes sein. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich werd's merken. Ich glaub, dass ich ein Herz weniger habe. Kann das sein? So wie ein Debuff. Ja, ja klar. Ein halbes Herz ist mir flöten gegangen. Doch, wir sollen einfach sterben. Stirb, 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 stirb. Oh, jetzt ist es weg. Das ist aber ein Debuff. Eine Unterhose. Mams Unterhose? Kann das so sein? Ach du Scheiße. Sieh, man kommt immer weiter. Wenn man meine ersten Runden mal so sieht, da war ich noch lange nicht so weit. Wie? Jetzt. Boah, wie ich die hasse, ey. Das hat mich ja jetzt... Das hat mich jetzt... Das hat mich jetzt viel... Boah. Der Blaue heißt bestimmt nichts Gutes, oder? Ich schmeiß mir den Blauen weg. Boah. Boah. Du bist so eklig. Komm her. Boah, geh ein bisschen weg von mir, siehste. Ich wusste, dass da irgendeine Scheiße vorhat. Ich wusste es. Boah, 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 boah. Diese Mücken, die gehen einem echt auf den Sack. Vor allem die triffst du nicht. Die können oben drüber schießen, oder? Aha. Runter. Ja, das war natürlich eine sehr gute Idee, runterzugehen. Hey, bist du verwandt mit mir? Boah, Alter. Komm, komm. Ich muss hier auf die Tastatur einkloppen. Bam. Eine Spritze. Oh. Gibt sicher genau so was wie der. Was hat mir das gebracht? Nichts. Außer Schmerzen. Noch ein Schlüssel. Jetzt geht es aber los. Hoch, runter, hoch, runter, hoch. Bringt das mir so was? Jawohl, bingo. Was ist in dieser Druhe drin? Ein halbes Herz. Toll. Was machen wir hier? Wir haben eigentlich viel Equipment. Und da ist jetzt eine Bombe drin. Nein, Tyler. Was machen wir mit so viel Geld? Sieben. Boah, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Äh. Ich mach erst mal den blauen weg. Alter. Hm. Pass auf. Geht das? Boah, ich mach voll der Cheater. Nein. Ich mach das nochmal so. Ich will das aber nicht so machen. Treffe ich ihn überhaupt? Wenn der andere tot ist, ja. Oh, ähm. Assi. Der geradeaus war mir auch noch nicht gewesen. Boah, ich mach mir das warm. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Das war nix. Ich bin auf die Taste aus, dass ich hingekommen. Das war keine Absicht. Was ist das? Jetzt bin ich hässlich und hab ein Geschwür in der Fresse. Mein Tumor. Ich liebe Tumors im Gesicht. Nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Geradeaus war mir noch nicht. Aha. Gut zu wissen. Was erwartet uns da? Eine kronische Spritze? Das heißt, wir sind voll geheilt, bitte. Nein? Alter. Alter. Alter, bist du hässlich. So. Den muss ich mir irgendwie rauskopieren und als Thumbnail machen. Ey, unbedingt. Unbedingt. Ja, unten ging es nicht weiter, ne? Der Schlüssel. Ja, also können wir jetzt mit zweieinhalb Herzen zum unserem Boss gehen. Ach, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Mit zweieinhalb Herzen ist das scheiße. Das wird nix, Freunde. Diese Runde wird wieder verlust. Verlust und verloren. Oh nein. Und dann noch gegen den, weißt du? Den ich ja eh so gern hab. Oh, Junge. Ich kann genauso hässlich sein. Oh, der ist voll flott. Boah, der ist total übelst geil drauf. Jetzt wird er gleich aggressiv. Oh, der andere kommt mir gleich in die Quere. Boom, 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 boom. Jetzt hast du ein Problem, hä? Oh, der ist aber auch jetzt ziemlich schlott. Boah. Boah, Alter, ich bin voll hyperaktiv schnell, Junge. Dang, 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 dang. Guck mal. Das Gesicht dabei. Oh, 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 oh. Wo hab ich eigentlich die Leben eigentlich gerade hergehabt? Bam, du Nutte. Ich weiß nicht, was die Tabletten heißen. Was heißt die Weiße? Guck mal, ich mach mal aus. Alter, die Weiße nehme ich nicht mehr. Die Weiße war, ah, sie hat mir ein Herz, glaube ich, geklaut. Oh, Mann, nein. Geh mal da rein. Oh, das sind auch die Wichser. Oh, nein, die teilen sich ja noch immer so assi. Das ist so behindert. Oh, die fliegen jetzt voll weit. Schön. Kannst ruhig da hinten in dem Loch teilen. Dann hab ich den schon... Die töten mich meistens. In der dritten Runde töten die mich meistens immer. Oh, ich konnte nicht ausweichen. Oh, der Weite-Schuss ist so geil. Der ist so geil. So, und jetzt? Die ziehe ich nicht mehr weiter. Also zurück, meine Freunde. Ja, ich bin total nervös. Ich will einmal bis in die Fette kommen. Was war denn das? Ich hasse diese so, so sehr. Boah, ich bin so flott unterwegs. Und das ist so genial. Und dann der Weite-Schuss dabei. Das ist einfach genial. Ich kann nur mit dem Joker, glaube ich, so weit, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Schon ein bisschen was her. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Könnt ihr euch nicht selber weg-nuken? Alter, da müssen sie direkt übertreiben, gell? Ey, warum sterben die überhaupt nicht? Schaden die schon bekommen haben. Trotzdem gehen die nicht kaputt. Oh, der hat auch noch mehr viel, oder? Ne, oh, ey, leck mich am Ar... Der hat nur ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz und das war's, ne? Oh, toll. Deine Herz hat mir jetzt sowas von den Arsch gerettet. Der ganze Weg hat sich sowas von gelohnt jetzt. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Wie kommt man eigentlich an sowas dran? Erzähl mir das mal bitte. An den hier verstehe ich ja noch. Gut, es gibt noch ein Herz, komm. Ne Bombe für ein Herz. Und dann geht's, glaube ich, schon fast zum Boss. Oh mein Gott, ich hab ein Gefühl. Der gibt dir keine Herzen mehr. Du Vollhorst. Genau, der gibt dir gar keine mehr. So, jetzt geht der Weg nach oben nochmal. Ein Einzelner ist ja wohl nicht so schlimm, oder? Den kriegen wir noch halbwegs zurückgehalten. Der hat einen Weg frei gemacht, dank dir. Als hättest du es gewusst. Spenden? Spenden? Oh ja, komm, Alter. Lass das bitte sowas Geiles haben, was ich mir denke, ey. Oh, bitte. Oh. Ja, und wie soll ich jetzt eine Schlüssel... Verstehe ich nicht. Kann ich nicht raffen? Verstehe ich nicht. Komm ich dann nur dran, wenn ich... Na, ungefähr so, glaube ich, war das gedacht. Ja, genau. Genau, genau. Bomberman, Alter. Der sieht doch genauso aus wie Bomberman. Das soll Bomberman darstellen. Ey, wie geil. Wie geil. Wie geil. Der soll Bomberman darstellen. Wie früher. Der kann doch immer nur eine Bombe zünden. Wie geil ist denn das? Ich bitte dich. Das ist Bomberman. Eins zu eins. Ja, und gibt natürlich Bomben. Und das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber er hat mir eine Bombe gegeben. Nee, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht diagonal. Oh, ich töte mich lieber selber. Oh nein, das war so hohl von mir. Ah, die Runde war wieder sowas von überflüssig. Behindert und doof. Ganz ehrlich. Das war so dumm von mir jetzt. Das war jetzt so dumm. Da finde ich gar keine Worte für das. Wie dumm das jetzt war. Komm, der hätte immer wenigstens Herze für springen lassen können. Oder komm, mit einem halben Herz versuche ich jetzt den Fetten zu töten. Der keine Ahnung was macht. Ah, stimmt. Genau. Mit einem halben Herz. Wie willst du das schaffen? Oh, meine Herzen haben sich auch gefüllt. Da. Da hat noch irgendwas behindertes. Das beschissene Auge da. Was ist denn passiert? Ich bin in die Soße reingelaufen. Oh, Mann, ey. Na gut. Das war es dann wohl von Isaac. Oder Isaac. Besser gesagt, Isaac. Ich will mal Isaac sagen. Mensch, ey. Gut. Wir hatten diesmal wieder alles dabei. Von Bomberman bis zum Schlagmisch-Tod. Und in diesem Sinne wünsche ich mir behaupten, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Isaac.